Seit 2009 fördern der Klima- und Energiefonds und das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie die Leuchttürme der Elektromobilität. Wenig hat unseren Lebensraum bisher so verändert wie die Mobilität. Spannende Themen wie Elektromobilität und Intermodalität, gemeinschaftliche Nutzungskonzepte und intelligente Infrastrukturen verändern unsere Zukunft und unser Mobilitätssystem in rasantem Tempo. Österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen positionieren sich international mit innovativer Spitzentechnologie und sorgen für Wachstum und Beschäftigung. Im Projekt E-Morail wurde von den ÖBB und Projektpartnern ein nachhaltiges Verkehrskonzept entwickelt. Es verknüpft E-Mobility-Services und E-Sharing-Modelle mit dem öffentlichen Verkehr. E-Morail verbindet Bahnbetrieb und Carsharing mit E-Fahrzeugen, um umweltbewussten Menschen, die mit der Bahn pendeln, eine Fahr- und Mitfahrmöglichkeit für die erste und letzte Meile zum Wohnort zu bieten. Dabei wird ein reserviertes Elektroauto individuell und kostengünstiger durch mehrere E-Morail-Pendler und Pendlerinnen im Mitfahrservice genutzt. Die Drehscheibe an den öffentlichen Verkehr ist immer der Bahnhof mit den passenden Zuganschlüssen. Das App-Service zeigt Echtzeit-Fahrpläne der Züge und den Ladestatus des E-Autos. Kurz, man ist umweltbewusst, energiesparend und kosteneffizient unterwegs. Die Devise heißt Nutzen statt Besitzen und Offensein für Neues. Untertitelung des ZDF für funk, 2017